Moin Sie! Heute gibt's Schaschlik. Mal wieder vom Schweinenacken, was man aus dem Nacken alles machen kann. Und wie das geht, zeige ich gleich. Wie man sieht, Handschuhe habe ich schon mal an. Was wir brauchen, ist natürlich wieder ein Schweinenacken. Ein Kilo. Mayonnaise. Ein Gewürz, was zu schweinen passt. Ich habe hier vom Klaus-Grill-Kalender den Sauerei-Rub probiere ich heute mal aus. Ansonsten nehme ich immer so Magic Dust, was es so klassisch gibt von Ankerkraut und von allen möglichen Herstellern. Ich probiere heute mal den Sauerei-Rub aus. Sauerei-Rub aus. Und ein Messer. Und eine Dose. Leider ist mein Video heute mit Kettensägen arbeiten. Wird's begleitet. Also, wir machen den Schweinenacken. Erstmal einen Würfel. So, das reicht. Das sind so Würfel. Die können nachher schön auf die Spieße. Und den ganzen Nacken so verschneiden. Erster Schritt fertig. So, zum Marinieren ist diese Dose doch ein bisschen zu klein. Teller ist auch nicht viel größer. Da kommt unser Mayo jetzt rein. Mmh, yum, yum, yum. Mayo macht das Schwein, das Fleisch, das Schweinefleisch noch ein bisschen leckerer. Das sieht gut aus. Dann wird jetzt nach und nach gewürzt. Wie gesagt, ich nutze hier den Sauerei-Rub von Klaus Grillt aus seinem Adventskalender. War ein heiligabend Türchen. Ist für Schwein gedacht. Ist Schwein. Machen wir mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Das sieht doch gut aus. Fleisch kann jetzt ziehen, ist mariniert, Mayo und Gewürz, mehr mache ich nicht. Deckel drauf. Hammer! Untertitelung. BR 2018 Da sind die vorbereiteten Chaschlicks. Der Grill hat vorgeheizt. 20 Minuten. Ich habe jetzt 250 Grad. Und dann kommt es auf Rost. Richtig schön heiß. Und deckel zu, weil es kalt ist. Und ich nehme auch keine Zangen, um die zu drehen. Ich nehme einfach den Handschuh. Damit kann ich die Enden schön anfassen. Und drehe die einfach mal um. So, wenn das doch irgendwie anklebt, nicht anfassen. Dann ist es noch nicht reif. Aber die sind schon mal gut. Und zu. So, die sehen gut aus. Die kommen runter. So, das war mal ein relativ spontanes Schaschlick-Video für heute. Einfach nur Mayo, Gewürz drum, Schweinenacken, auf die Spieße, mit einer Zwiebel, auf den Grill. Fertig. Alles, wie immer, was ich hier so im Video benutzt habe, habt ihr in der Beschreibung unten habe ich verlinkt. Und ja, meine letzten beiden Videos hier. Mein Geheimtipp zum Schluss. Abonnieren.